Johannes Bader war ein deutscher Architekt, Schriftsteller, Dadaist und Aktionskünstler. Leben Bader stammte aus einer bürgerlichen Handwerkerfamilie. Der Vater hieß Adolf Bader, die Mutter Johanna Geb. Weigle. Johannes Bader besuchte von 1892 bis 1895 die Baugewerbeschule in Stuttgart und studierte dort von 1898 bis 1899 Architektur. 1905 lernte er Raoul Hausmann kennen, der ihn im Laufe der Zeit in den Kreis späterer Berliner Dadaisten einführte. Baders Weltauffassung ist kulturpessimistisch und religiös-okkultistisch. Als Mensch und Künstler war er von missionarischem Drang erfüllt, der zu exzentrischen Ideen und Produktionen führte. 1906 plante Bader den Bau eines Welttempels für den »Internationalen Interreligiösen Menschenbund«. In einer Brieffolge gab er sich als der wiedererstandene Christus aus. Nach aufsehenerregenden Christushappenings im Berliner Dom und im Neuen Weimarer Reichstag nahm er an der ersten internationalen Dada-Messe im Jahr 1920 teil. Als Oberdada veranstaltete er mit Raoul Hausmann und Richard Hülsenbeck Dada-Tourneen und gründete 1921 die »Erste Intertellurische Akademie«. Ab 1925 arbeitete er als Journalist in Hamburg. In der unsicheren Zeit hatten religiöse Schwärmereien zugenommen, und es war 1930 in Thüringen ein Kongress der verschiedenen vermeintlichen Christuswiedergänger der Zeit und ihre Anhänger veranstaltet worden. Bader flog mit einem Flugzeug der Lufthansa auf das Gelände, hatte einen großen Auftritt als wahrer Christus und verließ den Ort und die sprachlosen Anwesenden wieder. Seit 1941 arbeitete er wieder als Architekt. Johannes Bader starb im Alter von 79 Jahren 1955 in einem Altersheim in Niederbayern. Anwesend. Anwesend. Anwesend.